Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fabi-Haufen-Video, zu meinem ersten Video von Starstable quasi, also das erste, was ich nicht als Vertretung mache und oh mein Gott, sind viele Leute da, ich habe jetzt mal das Interface fürs Intro mal ausgeblendet und oh meine Güte, wir machen heute ein bisschen passend zur Olympiade Fabis, Jorvik, Olympics und oh mein Gott, es sind so viele Leute hier. Und bevor wir natürlich unsere erste Disziplin für heute machen, werden wir ein bisschen aufwärmen, so aufwärmen, einmal alle rotieren, so einmal, wir machen uns nämlich jetzt erstmal alle warm, so, einmal alle warm laufen, so, dann, dann, dehnen, so, einmal wie den Händen nach oben, einmal alle dehnen, so, 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 fertig. Und alle zu Steve an den Start. So, denn wir machen nämlich heute zum Start einfach mal ein Wettrennen und das Wettrennen passt perfekt, dass wir einfach bei Steve die Strecke zu Fuß machen, denn natürlich ist das unsere erste Disziplin. Und so, einfach mal alle an den Start stellen und okay, 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 alle ready. So, ich mache den Countdown. Immer eine, immer ein O weniger und am Ende go. So, vier O's, drei O's, zwei O's, ein O und go. Oh mein Gott, die Kelly ist direkt vorgesprintet. Oh mein Gott. Und jetzt machen wir uns erstmal auf, verdammt, ich muss mich beeilen. Ich würde jetzt gerne nach hinten gucken. Oh Mann. Ja, die Kelly ist ein bisschen zu weit nach außen getrieben worden. Oh mein Gott. Und hier rüber, hier durch. So, jetzt hier vorne lang. Oh mein Gott, Mist, die Stephanie ist da rüben ganz nach vorne gekommen. Nein. Sie sagt Tschüss. Sie zieht davon. Nein. Warum ist sie nur so schnell? Der trainiert, ich sehe das. Ach, sehr gut. Wir sind ganz gut dabei. Verdammt, sie ist echt schnell. Das jubelt die ganze Zeit. Ja, schneller. Oh mein Gott, wir schaffen das. Und, ja, komm, ein bisschen enger laufen. Ich komme näher ran. Mist, die Monika ist auch ziemlich schnell. Ja, komm, hier auf der Innenseite. So. Ja, ich bin ganz gut dabei. Auf jeden Fall mal die Kelly schon mal ein bisschen abgehangen, glaube ich. Ja. Sehr gut. Oh, 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 es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier, ganz klar. Also, bei mir bin ich jetzt gerade vorne. So, oh mein Gott, das Auto kommt. Oh, verdammt. Ich habe den Weg vertan. Mist, jetzt ist die Monika vorne. Huch. Warum ist denn da vor uns noch jemand? Hat da jemand abgekürzt? Was? Wer ist denn da ganz vorne? Wieso ist denn die Bianca so weit vorne? Das gibt es ja gar nicht. Beschiss. Die ist doch gedopt. So. Oh, verdammt. Also, ich glaube, die Bianca hat gewonnen. Doping. Oh, Mann. Sehr gut. Was ein Rennen. Aber, so weit, das wird auch immer, es werden jetzt immer nur recht kurze Videos werden, weil wir jetzt immer die Disziplinen einzeln machen werden. Wir werden das jetzt so machen, dass ich, also erstmal hier, gratuliere an die Bianca. Und ich glaube, die zweite war, ich muss nochmal ins Video gucken, war, genau, die Marie war, glaube ich, zweite. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, was wir noch so für Disziplinen machen sollen. Also, ich habe mir schon mal so etwas überlegt, so ein bisschen Weitsprung mit dem Pferd. Und, ähm, ich habe auch geglaubt, dass sie abgekürzt hat. Ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Dann muss ich nochmal den Videobeweis anschauen, ja, ob die Bianca abgekürzt hat. Aber, dann mache ich hier nämlich auch mal dann Schluss für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch noch so für Disziplinen wünschen würdet. Und, dann sehen wir uns bei der nächsten Runde wieder. Und, ob ihr noch mehr solche Videos sehen wollt. Also, dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.